Ich bin das eingeschaltet habe zur Hand Showdown mit dabei sind natürlich noch Hallo 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 So Was? Ja Die Arme hängen dann so in der Luft rum oder so komisch abgeschnitten Ja die Arme so Ja Arme in der Luft rum könnte man Von anderen Seite ist keiner gespawnt Oh hier ist ein Kürbis Ah Kürbis Moment wo ist denn der Hinweis? Ach da Du 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 Oh Uh Cool Da ist eine Baustau Da Wer schlägt? Hä? Wer schlägt? Sag mal weißt du du rufst die ganze Zeit Geld auf Ich lass wenigstens für Ragun das kürbis Das ist nett von dir Dankeschön Dankeschön Bin ich so ein Bier schon Sogar 100 Dollar Sogar Siehst du? Ich wechsle die 100 Dollar Rünge lassen Mhm Mhm Gerne danke Bist du ein kleiner Pupsi Weiß danke Das war kein Kompliment Das war kein Kompliment Hä? Hat jemand grad geschossen? Ja Oder Pferzeug machen oder Fertig schon down Ähm Wir gehen die Hühner eigentlich so ab Wir gehen die Hühner ab ne Die Hühner Ja Ja 90 Sag ich gleich wie der Revolver Definitiv zu finden Ja da ist einer gewesen Ja da läuft einer links weg Ist er frech Ja aber mit dem Ding jetzt hier auf die Entfernung Nee Dann versuchen wir hinterher zu kommen Also die Scottfield ist eigentlich ganz nett Also ich komm mit der jetzt ziemlich gut klar Ein schöneres war Eins Habt ihr jetzt fast stecken? Zwei Ja das sind drei Drei Na lass uns da mal hin denn Ich mag halt auch die Kimme und Kornansicht von dem Ding Man geht ziemlich gut Man hat ne nette Schussfolge Könnte ihn nicht hingeholt haben Das hätt ich nicht nach rechts gelaufen Das hätt ich nicht nach rechts gelaufen Das hätt ich nicht nach rechts gelaufen Rechts aufm Wechselraben Ja die sind vor uns Da gehen die Hunde ab Mhm Ja so südliche Richtung Hoch Äh geht auch ein bisschen was ne Ja die sind genau Die sind genau Die nein die haben geschossen Achso ok Die haben die Hunde leiser gemacht Und weil es ist laut Ja ich glaub die rennen grad über oben drüber schon Graben auf 195 Hm Ja wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen Gehen irgendwo hoch? Die haben hier ne Falle hingesetzt Und weil es ist leiser Hm Ne Falle Hallo was weiß ich denn Ich hab Raben von wo gehört Ja die 195er Glauben ja auch noch welche Ja der Revolve spürst ich echt gut Doch die sind halt drinnen ne Und ist laut ja Sie spinnt ne ich spürst ich Ne da hinten Über der Brücke Ja stimmt Ja die rennen da hinten grad über die Brücke weg Ja wie gesagt du hattest du ja auf jeden Fall aber Die Schussfolge von dem dem Ding ist auch echt gut Vor allem wenn ihr die auch doppelt dabei ist Kannste auch schön machen Was hat uns wirklich hinterher kommen Die macht sich auch ziemlich gut mit Brand Munition wenn du die hast Die Die Arzt? Aufgrund der Schussfolge Hm? Ne ich riss gerade über das Scottfield Achso Würde grads sagen sie Kannst auch anzünden das ist dann ne brennende Axt Kannst du auch mit anzünden Achja ich muss halt ich muss mir jetzt leider ein Bad wachsen lassen ne Warum? Oh geil Für alle Achso ok Ich hab Ja für sie ähm Lass ich mir ein Bad wachsen Sodass du nochmal dran streich Danke Ähm Reicheln Er hat nicht unterscheiden wo da kommt Ja es kommt so aus der südlichen Richtung Südwesten So wie Ja 180 Da haben die Brücke geflogen Die soll über die Brücke laufen Ja Die soll über die Brücke laufen Ja Die soll über die Brücke laufen Ich hab die einen schon auf der anderen Seite weg Ob die nicht durch die Fallen laufen in der Mer Stanley können ja auch noch sein Na klar Da sind im Nordosten Osten auch Raben hochgeflogen Hinter dem Turm Hallo Mr. Gunny Hallo Mr. Gunny Hoffentlich ist es gut Mir kann nichts so ich brauche Heilung Hier ist noch Special 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 Noch Dollar Zwei Hier läuft was Was wo Oh die kommen her Ja Die sind hier unten schon Ist da oben Ach Zwei Zwei Habe ihn einmal getroffen ich bin am hielen das dauert wieder diese frukige sonne hier unten ist direkt einer hat ein hit ist dahinter ich lage die da raus hat ein hit hinterm zaun da ist noch einer hinterm zaun ich hab die getroffen muss mich heilen muss mich heilen ich hab die daraus ich habe schon schon kommen schon kommt schon kommt schon kommt schon hat ein hit braucht nur noch einen hit hat eine abwarkart hinterm baum hinter dem dahinter dahinter genau wo du hinkommst dahinter irgendwo scheiß drauf ich glaube da liegt die andere auch irgendwo schön hab ich weiß nicht ob sie die eine schon geholt hat ja hol ihn mal eben wieder bitte dankeschön scheint keiner mehr zu sein was macht die denn wait hier liegt die das ist aber nett ein upper cut hier bin doch nix will ich noch eine mosin will ich noch eine mosin ne ich bin bitte hin danke na gut das ist soviel schuss aber muss ich ein paar schuss nachladen perfekte damit hat funktioniert ja weil die musste halt da rausrennen die wusste halt nicht was angeflogen kommt ich brauche aber heilung äh war das jetzt nur zwei war das jetzt nur zwei oder liegt noch irgendwo jemand drittes irgendwo müssen noch einer rumliegen ja genau die liegt da noch oh ne mosin mein gott die haben aber auch alle kohle die fliegen unsere richtung kann sein dass hier rüber kommen weil die uns gehört haben die haben doch zu laut geredet die haben doch zu laut geredet hey 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 wer also ruhe ich habe Angst dass Stachileit kommt ach nö hat das eine Falle für Stachileit das ist natürlich jetzt äh was denn hm ach nix ach nix also was denn oh hallo Abo hallo Abo die da ist einer gestorben Die rennen ja die Gegner weg, hast du ein Glück. Es wird einer dauernd. Findet das Spaß statt? Bini lebt noch. Bini lebt noch. Da! Hab ihn! Ist down. Mitten auf dem Platz. Geil! Da war jemand mit Maske, oder? Ja, die hab ich dahin geh- äh, die liegt da. Ist immer noch rot. Und? Da hinten. Ja. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Ach nicht, nein. Eine Spritze schon ausgesetzt. Auf der Dicke, komm gleich. Welcher Dicke? Ja, der mit dem. Genau der. Was? Ey. Ist ja gut, Spinde. Entschuldigung. Das ist ja aggressiv. Alles gut, Ralle. Ey, hörst du auf. Wo denn? Ach, da oben. Ach, hier. Ach, hier. Ich komme. Die rennt. Was? Scheiß rennt die. Hier liegt noch jemand tot. Die ist hier irgendwo. Hatten Hit. Hit. Brauch mal rein Hit. Ist down. Achso. Ne. 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 Du bist down. Ah, hier ist die Spinne. Was? Boah, Ragun. Nice. Gott. Alles klar, Abro. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Oh, ich brauche Heiler. Tschüss. Ist eigentlich mal langsam clear. Viel Spaß. Das war jetzt knapp, ey. Hätte der jetzt richtig gesessenlich tot gewesen. Hätte der jetzt richtig gesessenlich tot gewesen. Nee, ich weiß nicht. Ich bleibe jetzt bei der Omosin. Mo Mo Mo, Maもしin. Tudu. Do tu tu. Tudu. 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 Spinn. Spinn. Spinnuuu. Äh, lasst du mal den adventurous dann liegen. Erstmal wegen. Oder was? Aber wir haben ja ein paar liegen. Ist das nochmal? Ja, stimmt, da hast du recht. A risk, high reward. Hallo. Hallo. Hier liegen wir. Spinny. Wo geht's denn hin? Oh, da liegt noch ein Bruder. Spinny. Hey. Hier liegt jemand rausgebrannt. Was ist denn das Vieh jetzt hin? Das war doch gerade hier, ist einfach durch die Decke gegangen. Glaub ich rausgegangen. Ich höre sie hinten, wo es gab und da. Glaub ich so unter uns. Oh. Hier hängt was. Aua. Warum bin ich so nichts getraut? Warum gehst du denn einfach rum? Da machst du mich um, nee. Was hast du gemacht? Du hast doch gesehen, dass Spinny auf die Zug kam. Nein, hab ich sie nicht. Ich hab da was gelootet. Spinny kam auf die Zug. Was denn? Erstmal bequem machen, so zwischen den Spinnweben. Erstmal hin. Schon Spinnweben. Bist du nur gelogen? Ihr seid doch selber ein Dauerlauf im Boden. Also was will das denn heißen? Also ich kann mich hier noch an eine richtig guten Folge hier erinnern. Was denn? Hab ich gerade Raben gehört? Oder für mich ist aber echt... Kann doch nicht sein. Wir haben doch eigentlich alle Dauerlauf nicht. Ausgebrannte Jäger. Na gut, hier liegt ja auch noch einer rum. Draußen, draußen von der Tür liegen ja noch alleine drei. Ich bin doch müde, Moon. Warum? Ja, weil du dich hingelegt hast. Ach so. Manu. Ich werde gewonnen. Schaufhör. Wunderschön. Hör besser aus. Hallo. Oh, da kann man durchgucken. Da rennt jemand mit der Lanze. Markus, bist du's? Ausnahmsweise, Rallo. Hallo. Hallo. Schönes Fenster. Oh, jetzt geht's. Was ist denn da noch? Ach so. Hey, Kühler. Wir alle sehen so. Irgendwas möchte ich treffen. Irgendwas möchtest du treffen. Jetzt, wo die Halle haben, wo die Halle alle tot sind. Ach blöd. Ich will euch jetzt hier mal ein Treffen. Ach blöd. Guck, wir können nochmal ein Wiederbelebnis. Ich hab noch nicht. Oh, nee, hab ich nicht. Da ist ein Grumpy. Wo? Auf dem Ping. Der sehe ich von dir unten nicht. Gott, ist das hier kaputt. Ist das auch Rennen? Wusste ich nicht noch. Kann man sich mal die Mäcke ein bisschen angucken. Na, verletzt so. Na. Ja, ein bisschen mit dem Auswurf. Na, komm. Jetzt fremd er ja auch dahin. Oh, das... Das zählt aber nicht. Der steht wieder auf. Ach, ja. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Die haben sich die zwei gestritten. Vergutat, hat es dann die Jungen gemacht. So, du hast ihn weggeholt einfach. Boah. Da, warte, ich seh noch einen Mord. Warte, ich seh noch jemanden. Ja, was war's. Oh, kommst du auch, wenn er nicht durch? Cool, ne? Coole Funktion. Du musst erzählen. Komm, man. Du bist dazu. Komm, man. Hä? Komm, man hat sich nicht durch. Ich kam da vorhin auch nicht durch. Nö, geht nicht. Der geht auch nicht. Ach doch. Muss er kaputt haben. Der muss er kaputt haben. Dann kommst du durch. Hä? Das ist ja auch nicht. Okay, alle. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Ich will, wo du drücken. Wieder kann einen mit dem Hunter looten? Okay. Hab ich schon. Okay. Guck mal, ich slidee. Was? Da ist übrigens das, was ich letztens meinte, ob sie die Fenster geändert haben. Ach so. Oh, ich hab keine Ahnung. Was ist denn nochmal so ein Fenster? Ja, die haben sie aufs Stahl gebaut. Nee, die habe ich. Na klar. Na schon. Na schon. Na gut. Gehen wir dann. Na gut. Reiten wir eigentlich los? Geht immer jeder auf Toilette. Wir reiten los. Auf was reiten wir denn? Hm? Auf unseren guten Willen. Ist er deine Kokosnüsse noch nicht dabei? Hm? De, 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 de. Rechte. Er hat seine Kokosnüsse immer dabei. Klar, sonst kannst du ja keine, keine, keine Pferde mit dabei haben. Ja. De, 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 de. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Lass es dir schmecken. Das ist das Bierlied. 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 Das ist das Bierlied. Bierlied. Ich hatte so lange schon kein Bier mehr. Tja, was machen wir denn jetzt? Und wo ein Reiter auf was du willst. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Was? Ich darf auf das reiten, was ich möchte. Richtig so. Ich hab alle gesagt. Verstehe nicht, das ist ein Feuerwerk. So, ich stelle mir gerade so vor. Mit Botox, so nur mit so einem Ahornblatt untenrum bekleidet. So. Und dann mit so Flügel hindurchziehen. Das ist ja cool. So. Sieben. Doll. Warte, warte, warte. Wir haben sowas freigeschaltet. Ich hab ne Moseln. Cool, ich hab die Moseln freigeschaltet. Ja. Jetzt ist es. Ich hab vier Kills. Läuft Bodens. Schleif. Läuft Bodens. Wenn es bei euch auch so läuft. Dann würde ich zum Arzt gehen. Nein, dann würde ich auf jeden Fall ein Like da lassen. Abo und Glöckchen natürlich nicht vergessen. Und das liegt mal zur Anschauung und wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.